Da möchte ich euch eine Ladesäule vorstellen, die so lieb ist, wo man unbedingt ein Video machen muss. Ladesäulen-Report Nummer 2 und sind wir heute bei Onkel Spauer. Da möchte ich euch eine Ladesäule vorstellen, die so lieb ist, dass man da unbedingt ein Video machen muss. Das wären auch die Ladeplätze. Und da ist die liebe Lade sein. Ein bisschen geschnuckelig. Das Ganze ist von der Wien Energie. Und damit Tipp 2. Da können wir ja. Kann man da lohnen. Geht Schetsch ab, kann man lohnen. Zurückbezahlung. Und natürlich mit der Ladekarte von Wien Energie. Naja. 3,7 kW haben wir auch. Und natürlich die 11 kW Typ 2 Stecker. Tschüss. Wie kommt der Ladekarte von Wien wie einem Leben. Für bracelets. AWESje через sie, wie du sie bo Sims. Eine Chcare. Wie kann man mitmachen. Kann man einfach nicht mehr per Ihren BSeinen. Wählen 3000 Euro, oder F € 9. Ha数 am auf dem Such convers hast du cool? Wenn es 7 Eier lanciert.